In dem Video geht es wieder um Süßigkeiten. Ich habe mir nämlich eine kleine Bestellung bei... Na, Hund? Geh weg. Bei Lebensmittelsonderposten organisiert. Cadbury Milk Caramel Nibbles. Ich denke, das wird auch so wie in dem vorigen Video... Oh ja, oh ja, oh. Oh, die Dinger sehen schon sehr lecker aus. Ähm, waren auch gar nicht so teuer. Ist hergestellt für, ich denke mal, wieder England wird es sein. Wahrscheinlich. Ähm, hier im Laden habe ich die jetzt halt noch nicht gesehen. Oh Gott, ich habe die einfach aufgerissen, die Anwilder. Und, oh ja. Hm. Oh, lecker. Oh, die Dinger sind wirklich gut. Milchschokolade mit einer weichen Karamellfüllung. Hm, wie sieht man? Karamell. Oh. Das ist auch was, das sollte man definitiv hier verkaufen. Ich wüsste jetzt auch nichts Vergleichbares, aber... Das ist wirklich... Oh. Unheimlich lecker. Obwohl ich sagen muss, es gibt nicht viele Süßigkeiten, die ich nicht mag, weil ich bin... Voll der Süßigkeiten-Fanatiker. Wie man auch an meinen speckigen Fingern sieht. Ähm... Die Karamellfüllung, die ich im vorigen Video hatte, weiß ich gar nicht wie lange die haltbar waren. Die haben aber auch noch super geschmeckt. Könnt ihr euch ja mal angucken. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann.